Begrüße euch, Bon Giorno oder Bon Nui, egal wann ihr jetzt diese Programmvorschau euch zu Gemüte führt. Ich muss mich ja immer im Titelbild auf eine Sache dann verständigen. Ich habe jetzt das ausgewählt. Das Filmchen geht jetzt auch wieder, also der Hauptfilm geht jetzt auch wieder gut anderthalb Stunden. Ist auch wieder einiges gewesen. Für Satire war jetzt kein Platz, ist aber auch okay. Und ja, wenn ihr es dann schauen mögt, ist es natürlich wieder mal möglich bei VK, bei BitChute, bei Rumble, bei Odyssey, die sich den Trailer bei Wignus TV aufrufen. Bitte den entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeile und dann kommt ihr ja dann auch zur gewünschten Plattform. Bei BitChute habe ich immer noch meine Probleme. Mit Telegram auch. Bei BitChute kann ich auch nichts mehr kommentieren. Respektive, ja, und so weiter und so fort. Kann ich jetzt hier aber auch nochmal erwähnen. Ja, dann besteht doch ziemlich gute Hoffnung, dass wir uns gleich wieder hören, sehen. Und dann würde ich mir sagen, dann gehe ich jetzt hier raus. Freue mich auf euren Besuch bei den Hauptkanälen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.